Kein Ping mehr Immer noch kein Also nicht auf dem, wo ihr wart, sondern da, wo der Heli abgestößt ist Hier ist noch ne Tasche Hier ist Schrot-Munition Ah ok, dann nämlich die Da oben ist er Da oben Ich seh mich hier mal um Heiiiih Ich werde auf den Kopf Auf den Kopf ziehen Vor mir nen Truck, vor mir nen Truck Der holst jetzt muss wanted Der ist im Bus Wär geil Ich hab den nächsten Mal nicht geteilt Nice Ich hab extra gewartet Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir Von hier Hier Direkt an jemanden Ausdruck Kleines Kaliber hier Kann er pushen Nein, der Bus hat den, der Bus hat den Einer Shit-Brick, einer auch noch Raus Hier ist noch ne Tasche und ne Gasmaske Ach, ich kann das nicht anpinken Das liegt dann Kann man auch noch Schüsse Ich grab mir die Gasmaske Ja, wir müssen weiter Junge, wie viel Cash die wir haben Heute Geld, Bro Wir könnten es aber alle mal self holen am nächsten Shop Das wäre voll spiel und so Verbündeter Clusterschlag näher zu drohnen Und ich seh den zu spät Wenn der Cluster auf den Quad war oder so, wieso sagst du nix? Ne, der war einfach nur random Weil von da Snipes kam Von links Immer noch Blauer Ping Oben Der spielt ab Das ist ein ganzes Team Fein Kontakt Verdamm, das ist so über den Kanal, ey Möglich schnell crossen, bevor wir schießen Und zu spät Sorry Du sprichst das aus Hier vorn wird einer gekauft, vorn Hier landet noch einer ab Die können wir abfangen Ja, wir wären noch abgefangen Wenn wir jetzt da hin Äh, nicht Guck mal, das geht bis hin Fast in der Zone Da wird noch einer gekauft Ach, das ist so ein Kotzen, Alter Da hinten Markiert Hier im Haus drinnen Hier drinnen, ja irgendwo Wo war der denn, dicker? Auf dem Dach, oder was? Ach man, den hab ich überhaupt nicht gesehen Wo war der, baby? Äh, da war der im Haus Da war der im Haus Was der Screamy gepinkt hat Ich stimme dann, ja Schade doch Ich könnte nicht, ich könnte nicht finishen Weil ich gerade nachladen musste Alles gut Habe ich den Kay wenigstens bekommen? Ja, wow, cool Ja, du Hund hast ihn bekommen Was der 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 Brauchst du hier nix erzählen Du bist der Kill Ripper hoch 3, Resho Ja, die Jungs Das war ein Witz Und der Lootclawer, alter Lootclawer? Du bist der Lootclawer Du bist der Lootclawer Ey, komm mal, wenn ich die Kiste aufmache Immer mit der Ruhe Wenn ein Ausländer einen Litz reißt Muss man zwei mal überlegen Was ernst gemeint ist oder nicht Ja, alles gut für mich Also ich Ich hab nur gejoked War's das mit dem Hund? Aber Ist das Seid ihr verziehen? Soll ich den Lootclawern, David? Seitdem David streamt, sagt er gar nicht mehr deine Motoren Ey, 31 Meter Stopp vor uns 31 Meter am Stopp Ein Ping, yo Ich geh rechts zu lang Ah, fuck Du schießt schon Und es kommt noch einer Zweiter noch Einer raus Zweiter noch Zweiter raus Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Rausen Stark, 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 stark Lodi, mich holen bitte Danke Da hinten landet noch einer Beim Roten Haus Mach ihre Wegpunkt Holt einer David oder so? Ich hab Lodi geholt Ich hab schon Ich hab ich hab ich hab ich Ich hau Drohne raus Hast du Self oder so? Ich hab 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 Self aus und gib Geld hin Ich hab Self oder so den Drohne Der Drohne ist Ihr König ist 2 Kapits, wenn du willst, kann ich eine Waffe abgeben Ne Karo oder so? Nein, alles gut, ich hole mal Oberfill Fuck off Ey, was für Oberfill? Der hat doch geklappt Da mach ich schon so ein Angebot Hast du Cash? Ich kauf noch eine Drohne Da sind welche Komm weiter, komm weiter Hey, ja Ich brauch Ey, Jungs, ich brauch noch 400 Jungs Jungs, 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 Jungs Falls jemand will, dann liegt mir klar Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal Komm mal, komm mal hier Na, fuck hier Nein, jetzt hat der Scheiß Waffe aufgehoben, Alter Ich geh mal in den Ferro wieder Nein, kriegst du nicht, Mann Jungs, Jungs, da gehen welche Los, David Gib Gas Die Zone Karpets platten für dich Und ich lauf zurück, glaub jetzt sind die Platten nicht mit Wolltest du Auto nehmen? Die hat sich doch markiert, die Platten und so gesagt, äh, Karpets platten für dich Und ich hab die sogar markiert Das waren 5 Stück Ne, ich hab die wieder mitgenommen Hier, warte, ich geb dir noch schnell, hier Ach, kommt, Jungs Mach viel zu viel Da landet einer Blau landet einer gerade Blau sind drei, oder vier Äay Hier mal lieber die drei, oder? Ach, steht der Wollte weiter aussteigen Na hier, vor uns, oder? Hier? Ja Ja, 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 ja Der hat jetzt, der hat jetzt auch einen Schuss gereicht und alle, Whole Ich wäre da jetzt gerade ausgestiegen und hätte sie sogar gepusht. Die crossen, Jungs, die crossen. Wegpunkt markiert. Alle raus. Ich hab noch eine Drohne da und die ist raus. Shitwreck. Ich weiß kein Shadewreck. Hey Jungs, mein Map net nicht? Komm raus, grün, Gegner. Äh, ja, aber auch Ching Truck. Das Gas weitet sich aus. Oh, die Abfall. Los, lass uns ins Schockhaus. Die sind schon hier. Ich seh mich hier, Mann. Wir sind gerade raus. Ja, Shitwreck. Da vorne ist auch einer. Ausrüstungslieferung. Der ist Low da vorne, auf Orange. Da hat mich. Einer noch, einer raus. Kippe uns. 2 down, beide liegen. Hab ich eine antippen? Bin unterwegs zurück, unterwegs zurück. Ab dich. Kann man hier mit Hardbeat auf den Orange schon ping machen? Ja, der ist rechts hier oben. Hier oben ist er nach. Ja, der fand's noch ins Tasche. Ach, hier. 25 übrig. Okay, schon grünen wir noch Gegner. Ich flankiere. Warum sind immer auf dem? Hinter dem Silo. Es gibt hier noch was zu töten. Da ist noch einer weiter. Und der Käpte. Zwei Leute, Käpte. Direkte nach am Silo. Drei Leute. Direkte nach am Silo. Fuck. Die müssen jetzt da raus. Was? Schiffbeck einer. Was ist noch zu tun? Mhm. So schnell. Wo kam der her? Ich hab keine Ahnung, wo der Schuss war. Der kommt, der kommt, der kommt. Schiffbeck. Schiffbeck. Es ist einfach schlecht, Mann. Hinter der Rage ein Schiffbeck. Es sind zwei. Radarsuchung. Einer noch. Leider down. Leider verbluten. Die kenn ich. Ja, einer. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Irgendwo. Hast du den? Nein. Der ist in der Zone gestorben. Wasser. Lass dich ins Haus. Ein, zwei Tore. So vielleicht irgendwo. Unkann, Digga. Ich hab nur eine Platte. Ja, hier. Hier, oder? Ich wollte mal da hin. Hast du Platten über? Nee, ne? Ja, doch. Kann dir geben im Haus. Junge. Aber schön nur runter bis hin, muss ich sagen. Ja. Ja. Danke. Du sag ich in das hier? Nee, ich gehe da rüber. Das sag ich jetzt noch nicht. Das sag ich erst. Wenn noch ein kill passiert. Der rüber. Koordinaten markiert. Ja, da müssen wir noch minimal aus dem Haus dann raus. Ja. Ich hab gleich schon ne Runde. Ich hab gleich schon ne Runde. Markierung der Zielposition. Bei blau ist einer raus. Ja. Also, vielleicht ein ganzes Team sogar. Dann wollen wir hinter das hier. Ich hölke mal da hin. Ich hab die Blau raus. Bei Blau ist einer raus? Ja. Also, vielleicht ein ganzes Team sogar. Dann wollen wir hinter das hier. Wir gehen da rein. Wir gehen da rein. Ich zieh los. Wir gehen da rein. Wir gehen da rein. Ich hab zwölf Kills leuchtet wie Lava, Alter. Krang. Welche ist das? Ähm, Farah. Ach, die... Welche Farah? Welcher Bauplan? Muss ich dann mal gucken. Warte, warte. Geil ja. Geil ja. Ach, der Battle Pass Bauplan von letzter Season. Ja. Schüsse wo? Komm auf was? Call out. Er war da drüben wie immer noch im gleichen Haus. Er hat mich gesehen. Ey, bleibt doch einfach. Wir müssen... Hier läuft einer. Im Haus. Direkt bei Recht und Gegner im Haus, wo ihr gerade rausgegangen seid. Ey, komm nach rüber. Ich bin jetzt halt im Silo. Na schon. Da müsste man raus sein, gleich. Feindlicher Operator. Der hat rechts an der Tür. Der hustet. Der hustet, ja. Der hat kein... Keine Maske. Rechts hustet. Auch links. Ganz stark, Diggi. Das war der Wichser, ne? Rechts oben fehlt. Beim Auto ungefähr. Beim Auto, Diggi. Die Schuss. Äh. Oh, Rechtshurt, du Pisser. Der Bein. Sein! Dez hat es Simon, ein Gegner. Der ist hier. Der ist hier, der's low. Der snufft oder so. Der ist nicht low. Ab hien, ab hien, ab hien, ab hien. Jaaa! Nice! Ich hab gar nicht getroffen mit der scheiß Sniper. Junge, ich dreiste drei Schüsse direkt. Ja, und Resho der lebt gerade erst auf seine Sturmgewehr. Ab geht's den Sniper, wo der Ligiping bekommt, geht direkt ins der Open Health, bumm! Gewacht. Der Sniper hat irgendwie nicht connected. Ey, aber geile Nachricht! Kappels, ich glaub, eventuell für dich sogar auch. Also, könnt ihr euch vorstellen. Also, für mich ist das ein neuer Team-Rekord im Vierer. Definitiv. Jetzt kommen wir aus, wie viele Kills insgesamt haben. 29 oder 30. Mein vorheriger war 27. 30 Kills und das neue Report ist geklippt auf jeden Fall. Danke. Ich sag auch erst mal ne Kippen. Machen wir mal Kipps und Break. Also, ich hab für nicht die besten KDs zusammengespielt. Eine Dreißiger Bomb, eine Vierer finde ich nicht schlecht. Find ich's auch recht gut eigentlich. Auch wenn sie sie ein Drittel davon gemacht hat. Erstmal Philipp schicken. Ja, ja. Ja, 13, 18, 27, 31. Resson 9, sehr gut, sehr gut, Jungs. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 31, passt. Aber schadenmäßig, klar, Kappe zwar nur vier Kills, aber 1.800 Schaden oder 1.400 Schaden entspricht trotzdem mehr als vier Kills. Alles gut, ich bin zufrieden. Das war auch, weil du da immer wieder lagst. Und dann hab ich die gerade geholt, die du schon richtig Schaden gegeben hast. Naja. Ich hatte auch keine Platten da in einem Haus. Ein Schuss weg. Aufgestanden. Trip Break, ein Schuss weg. Geil geschafft. Geiles Spiel auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, gleich noch so ein Spiel, oder? Ja, machen wir mal eine kurze Raucherpause. Ja. Geh ich noch kurz schiffen, bis gleich. Ja genau, 30 sogar, stabil. Ne, 31 waren das. 13, 5, 8, 4. Aber jetzt seh ich Punkteübersicht nicht mehr. 18, 6, 4, 30. Ja, ich seh Punkteübersicht schon, aber... Ich hab grad 31 gerechnet. Da steht, ich war Ameri X Team. Der mit 5 Kills Nanuel Priode. Naja, ich seh bei mir gar keine Punkteübersicht gerade. Weißt du. Ich weiß, was meins. Mal stehen da... Geh ich auch immer davon aus, weil das kommt eigentlich hin mit den eigenen und so. Aber ganz andere, Randy Name oder so ein Scheiß. Aber mal ist da auch gar... ist da auch gar nichts. Gar kein Name oder so. Hat uns jemand Billigstes zugeschaut jetzt bei dem Sieg? Kurz die Frage auf Max Limel gespielt. Perfekt. Jetzt gerade haben wir vier Zuschauer. Naja, wahrscheinlich ihr. Also davor beim Sieg hatten wir zwei gehabt. Ob wir jetzt noch Zuschauer dazu bekommen haben, danach weiß ich nicht. Jetzt sind wieder zwei Zuschauer. Schade, schade, schade. Eigentlich. Naja. Ja. Oh, ich hab gar keinen Schalldämpfer. Na? Lol. Ich guck mal, ob ich das die letzten 15 Minuten klippen kann.